Ein herzliches Grüß Gott an alle Kräuterbegeisterten und alle, die es noch werden wollen. Heute möchte ich Ihnen motivieren, dass wir aus sie gehen und die Kräuter sammeln fürs Kräutersalz. Ich werde Ihnen das ganz einfach zeigen, Sie können Ihnen gerne selber dann einmal ein Kräutersalz machen. Das Endergebnis von einem Jahr schaut dann so aus. Da sind 65 Kräuter drin, die über das Jahr gesammelt werden. Wir haben draußen natürlich einen Erdholer. Den haben wir uns das letzte Mal schon angeschaut in der Sendung. Den Erdholer, den sind ein paar gewesen, den Sie nicht gekannt haben. Der Stengel ist dreikantig. Und wenn man isst, schmeckt er ein bisschen herb, aber leicht nach Petersilie. Dann haben Sie den richtigen. Also Erdholer gehört ganz viel rein ins Kräutersalz. Dann haben wir eine interessante Pflanze zur Zeit, die jetzt aufgeblüht. Das ist die Taubnössl, die gelbe Taubnössl. Die hat da so weiße Flecken auf die Blätter und hat jetzt eine gelbe Blüte. Und es gibt aber auch die Taubnössl mit weißen Blüten. Die mit den roten Blüten, die ist noch nicht wirklich so erforscht, dass man sagen kann, die hat Heilkräfte. Aber wenn Sie da so eine Blüte oberzupfen und kosten, ist ja eine wunderschöne Blüte, essen Sie es ruhig. Die Taubnösslblüten können Sie essen und die haben ja eine große Menge natürlich im Kräutersalz drinnen. Im Prinzip, wenn Sie die Taubnössl sammeln, ist es so, dass man die für einen Nierentee zum Beispiel gut einsetzen kann. Die Maria Treben hat recht häufig damit gearbeitet, haben wir auch in den Büchern, haben wir es auch drinnen. Ich stehe auf unsere Heilkräuter, ist natürlich auch die Taubnössl drinnen vertreten. Gut, also ist schön und gehört in der Kräutersalz. Natürlich haben wir im Kräutersalz jede Menge von der Brennnessel, so richtig große Mengen. Jetzt die frische Brennnessel ist einfach traumhaft. Gut, haben wir weiter, das sehen Sie jetzt auch sehr häufig auf den Wiesen und auf den unbehandelten Feldern. Also unbehandelten Wiesen. Das ist der Günsel, der kriechende Günsel. Der ist auch Lippenblütler. Ja genau, jetzt sieht man ganz, ganz schön da. Den finden Sie ganz, ganz viel. Den können Sie auch ins Kräutersalz tun. Der Günsel ist ein leichtes Hustenkraut. Ist jetzt nicht so überbewertet, aber ich habe ihn natürlich in Kräutersalz, weil die Blüten ja auch schön sind drinnen und gut sind. Dann gibt es auch noch die Gundelrewe, die haben wir uns schon angeschaut. Die ist auch so eine lila blühende Pflanze und gehört natürlich auch ins Kräutersalz. Jetzt habe ich noch was gefunden, heute erst. Das finden wir jetzt auch ganz häufig, wenn wer spazieren geht. So eine weiße Blüten. Und wenn Sie da in ein Blatt nehmen und das Blatt ein bisschen reiben, werden Sie merken, das riecht nach Knoblauch. Und das ist halt eine Knoblauchrauke. Und die wächst jetzt gerade in den nächsten Wochen ganz intensiv. Und die macht den guten Geschmack in den Kräutersalz. Die Knoblauchrauke gehört natürlich auch frisch genommen. So wie in den Berlauch zum Beispiel, kann ich auch Knoblauchrauke verwenden. Und ist natürlich blutreinigend und so weiter. Alles was der Knoblauch kann, dafür ist die Knoblauchrauke gedacht. Gut, was haben wir denn? Ja, was ich heute noch gefunden habe, das ist der Rotklee ist schon heraußen. Und die Rotkleeblüten gehören natürlich auch ins Kräutersalz. Und vielleicht sammeln wir uns auch ein bisschen eins für den Tee. Weil ja manchmal ist man mit den Wechselbeschwerden und so weiter, ist es ganz gut, wenn wir ein wenig Rotklee dazunehmen. Sogar unser Hase, der inzwischen ja schon nicht mehr lebt, hat den Rotklee gern gefressen. Gut, dann schauen wir jetzt noch weiter. Also wie gesagt, Sie sollten jede Saison ausgehen und die Kräuter eben gleich einmal holen zum Frischessen. Und aber auch zum Trocknen für das Kräutersalz. Und ich tue es immer nur grob trocknen. Also das heißt im Gesamten. Und dann wird es bei uns wöchentlich frisch vermahlen. Übers ganze Jahr. Sie kriegen wesentlich eine bessere Qualität, weil Sie alle ätherischen Öle drinnen haben. Und wenn ich Ihnen jetzt da ein wenig motiviert habe zum Kräutersalz machen, dann zeige ich Ihnen jetzt einmal, wie diese getrockneten Kräuter dann grob getrocknet ausschauen. Und genau die werden dann durch so ein Sieb Hand vermahlen. Also es ist recht viel Arbeit. Das machen wir insgesamt sechsmal werden die durchkriegen, bis dann effektiv dann sowas rauskommt, dass wir wirklich ein ganz tolles Kräutersalz haben. Natürlich können Sie das Kräutersalz jetzt bei mir auch bestehen. Es soll ja auch eine Motivation sein, dass Sie es sehen. Sie können das auch. Und wie gesagt, das Reiben ist schon sehr viel Arbeit, aber es hat einen Sinn. Und wichtig ist, dass wenn Sie Kräutersalz machen, dass Sie gut Salz nehmen. Also ich hoffe nicht, dass Sie noch mit weißem Salz arbeiten. Weißes Salz ist wirklich, es würde keine Zulassung mehr kriegen. Wenn Sie wirklich schauen, dass das weiße Salz verschwindet. Im weißen Salz haben wir drinnen, ich habe es wahrscheinlich eh schon einmal erklärt, da kommt Wasser in den Stollen, das kommt zurück und dann wird es getrocknet in Sudpfannen. Und natürlich, das ist Klumpen, aber dazu kommt metallische Rieselhilfe. Das ist wirklich jede Menge Aluminium. Und wir haben es nicht in Not, dass wir Alzheimer kriegen wegen dem Salz. Dann kommt dazu, und das ist nur erschreckender, das ist Fluorid. Fluorid haben Sie im weißen Salz. Fluorid haben Sie auch teilweise im Trinkwasser. Fluorid haben Sie auch in der Zahnpasta. Und Fluorid vermindert nachweislich unsere Wahrnehmung. Das ist eine ganz schierige Sache eigentlich, was mit uns gemacht wird unter dem Deckmantel. Fluorid, wenn da wer Informationen dazu haben will, es wird dann die Internetseite eingeblendet, also die Mailadresse. Ich schicke Ihnen die Unterlagen dazu, was Fluorid mit uns anstellt. Und es ist im weißen Salz dann zusätzlich noch künstliches Jod. Das ist ein Abfallprodukt aus der Schwermetallindustrie. Natürlich brauchen wir Jod. Aber das Jod, das wir brauchen, wir brauchen ein natürliches Jod. Und das haben wir in unseren Pflanzen, die wir alle vor der Haustür wachsen haben. Also bitte, tun Sie ihn da wirklich intensiv einmal abwenden von dem weißen Salz. Ich arbeite mit einem Salz, mit einem Natursalz ohne Sprengung. Es wird nur gebohrt, gebrochen, gemahlen und dann kriege ich es. Da ist nichts dabei von Fluorid, von Aluminium, von Jod. Es ist nur der gemahlene Stein. Der gemahlene Stein. Also so ein Salz können Sie von mir beziehen. Mit dem mache ich praktisch ein Kräutersalz. Momentan können Sie Kräutersalz auch im Kilosackerl haben, weil einfach viele Leute Gläser daheim haben und sich das selber abfüllen können. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt Sie motivieren können, Kräutersalz zu machen. Es ist nicht schwierig. Trocknen, luftig, schattig trocknen. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Luftig, schattig trocknen. Sie können natürlich auch so einen schönen Boxbord rein tun, der jetzt schon auszuwächst. Ganz, ganz viel. Also im Buch Mein Kräuterschatz, eine leidenschaftliche Kräuterwanderung durch die Jahreszeiten, haben Sie das natürlich auch drinnen. Das Buch erkläre ich Ihnen ganz kurz, weil es ist recht gut aufbearbeitet. Und zwar haben Sie vorhin ein Kräuterverzeichnis drinnen, wo die Kräuter noch die Monate beschrieben sind. Also Sie brauchen Ihnen jetzt nicht die Kräuter anschauen, die erst im Juli kommen, hat keinen Sinn. Arbeiten Sie mit den, die jetzt gerade da sind. Und das sind, ein Zingraut kommt zum Beispiel schon. In 14 Tagen haben wir ein Zingraut. Bärlach haben wir schon. Brennnessel haben wir auch natürlich da drinnen. Der Tost kommt bald. Der Frauenmantel kommt auch schon. Das Gänsefingerkraut. Das habe ich heute schon mit. Es hat zwar noch keine Blüte, aber das Gänsefingerkraut, jetzt muss ich das da genauer in die Kamera zeigen. Warte, ich bin da ganz, ich tue es da vor die weißen Seiten her, dann sieht man es sehr gut. Genau. Das Gänsefingerkraut, das hilft uns, Krämpfe zu lösen. Bauchkrämpfe, Wadenkrämpfe, in der Kombination mit dem Dolomit. Das Dolomit erkläre ich Ihnen dann noch einmal kurz. Oder können wir es gleich auch machen. Das Dolomit, das ist nur ein gemahlener Stein. Und das nehmen Sie in der Kombination zum Beispiel so ein Gänsefingerkraut. Ein Gänsefingerkraut können Sie ins Kräutersalz tun, Sie können es als Tee trinken, Sie können, wie es Ihnen schmeckt, Sie können es zusammen schneiden, klar an den Topfen tun. Aber Dolomit ist wichtig dazu, dass wir die Übersäuerung ausschwemmen, dass Krämpfe wirklich verschwinden. Also wir essen, dass die Krämpfe verschwinden. Wir haben es wesentlich einfacher, als wir glauben. Unser Herrgott hat alles geschaffen für uns, dass er genau das durchbringt, dass es uns gut geht. So, dann habe ich natürlich in Erdholen noch einmal ganz gut beschrieben drinnen, in dem Buch. Und die Gundelrewe, wer wirklich ein Anfänger ist, soll sich einmal ein ganz einfaches Buch nehmen. Die dicken Bücher haben wir alle liegen da. Schauen wir einmal ein und sagen, super, super, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Und am Schluss machen wir es wieder zu, das Buch, und wir tun gar nichts. Weil wir einfach überfordert sind. Das wird mit dem Buch nie passieren, weil es einfach die einfachsten Anwendungsmöglichkeiten drinnen sind. Es sind nur die 20 Kräuter, die wichtigsten drinnen. Und dann habe ich eben drinnen meine erste Hilfe aus der Kräuterschatzkiste. Da geht es um ganz viele Themen, ob es jetzt eine Akne ist, oder ein Blutdruck, oder ein Cholesterin. Die Cholesterin-Lüge werden wir auch noch einmal gemeinsam durchmachen. Oder ob es eine Diabetik ist, oder die Erkältungssachen, oder einfach simple Ohrenschmerzen. Es gibt immer ganz einfache Möglichkeiten, wo wir nur von Taustik gehen brauchen, wenn wir uns das holen. Und dann ist immer natürlich dieses Kräutersalzmachen genau drinnen, mit den Kräutern auch wieder, wann es die besten Inhaltsstoffe hat, also wann man es sammeln soll und für was wirkt. Also wir haben eine Vielfalt da draußen, dass es ganz faszinierend ist. Also das ist wirklich ein Anfängerbuch, das, was sehr viel Grundwissen drinnen hat. Und ja, ganz einfach, Freude macht es selber, was in die Hand zu nehmen. Es sind natürlich auch Rezepte drinnen und so weiter. Das Buch kann ich Ihnen schicken. Können wir jederzeit einmal, also Sie können mich auch anrufen, Sie sehen dann eh die Telefonnummer gleich eingeblendet. Jetzt möchte ich nur auf ein paar andere Themen gehen, und zwar in Bezug auf dieses Salz. Das Natursalz sollte wirklich das Weiße ersetzen daheim. Das Weiße ist gut, wenn vielleicht noch mal geschwind der Winter kommt, dass Sie es auf die Straße tragen können, dass es weiter ist. Das ist ein Klumpad. Muss nicht sein. Gut, was ich jetzt das Salz noch mache, ist ein Zahn, also ein Zahnputzpulver, ja, genau. Und zwar, ich habe zuerst erwähnt, dass wir Fluorid in der Zahnpasta haben. Wir haben auch diese Mikroplastik drinnen, wir haben auch Konservierungsmittel drinnen, wir haben diese Geschmacksstoffe drinnen, wir haben viel Aluminium drinnen. Ich verwende seit 46 Jahren keinen Zahnpasta. Und ich war ganz schwer traurig gewesen, weil bei meinem schweren Unfall, wo man ja noch sieht, dass ich eine Gesichtslähmung habe, ich war ein taubes Ohr, ich habe einen offenen Schädelbasisbruch gehabt, ich war wirklich todunglücklich gewesen, wenn meine Zähne draufgegangen waren. Ich habe nämlich keinen Plumpen, ich habe keinen Zahnstein, ich habe keinen Zahnfleischbluten. Und ich bin schon 21 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt gewesen. Ich verwende keine Zahnpasta, weil die Zahnpasta schafft es niemals, den pH-Wert neutral zu halten. Und wenn der nicht neutral ist, dann haben wir alles da drinnen, was eigentlich wir gar nicht möchten. Zahnputzpulver ist ganz einfach zum Verwenden, eine Zahnbürste, ein bisschen nass machen, gut abklopfen, es sollte nichts nass reingepatzt werden, es ist natürlich kein Trocknungsmittel drin, logischerweise. Auftupfen, alles was hängen bleibt auf der Zahnbürste, reicht zum Putzen. Mit so einem Glasl kommen sie ein halbes Jahr aus und kostet 4,90. Und das Schöne ist, sie haben bald keinen Zahnstein mehr. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir da hinter die Kulissen schauen. Was sie auch noch aus dem Salz macht, das ist ein Basenbad, ein Sommerblütenbasenbad. Ein Sommerblütenbasenbad. Und wer spürt, dass er ein bisschen verkühlt wird, ein wenig verspannt ist, ein wenig übersäuert ist, tun sie in einen Esslöffel oder zwei in die Badewanne und machen sie ein Bad damit. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da sind ganz viele, um die 15, 16 Kräuter drin, Blüten drin, es duftet gut und man genießt der Bad. Das ist einfach, geht es ja gar nicht mehr. So, und jetzt werden wir uns noch ein paar andere Themen anschauen. Und zwar, ich möchte da jetzt dazu in das Buch gehen, Natürlich Leben ohne Chemie. Das Buch Leben ohne Chemie, das habe ich als drittes Buch geschrieben. und es hilft uns, ein bisschen hinter die Kulissen der Pharmaindustrie zu schauen. Zu schauen, was sagen sie uns bei welchen Wehwehchen und wo kann ich aber die Kraft der Natur nützen. Das ist das, was wir lernen können daraus. Da geht es um verschiedenste Themen, also sehr viel um Wechsel. Wechsel ist keine Krankheit. Das wird uns ja eingeredet, oder? Es ist auch Prostata ein Problem. Also eigentlich nicht das große Problem, wir müssen nur halt rechtzeitig was tun. Wir haben auch die Jugendlichen, wenn sie da auch Probleme mit der Haut haben, oder mit einem Tag, oder sonst irgendwas. Das sind lauter so Themen, die da drinnen sind. Dann geht es natürlich auch um den Blutzucker. Das ist ein Punkt, den werden wir extra noch mal nehmen. Und um Alzheimer. Alzheimer ist nicht wirklich von Cholesterin oder so weiter, was sonst einreden und so. Das ist Zucker. Wir essen weit zu viel Zuckerhältiges. Und da ist recht viel über das Kapitel Alzheimer auch noch drinnen. Und jetzt möchte ich da noch ein Thema straffen. Das ist jetzt gerade recht aktuell von den, bei den, also wir haben ja zwei Gruppen Leute zurzeit. Wir haben die Ungespritzten und wir haben die Gespritzten. Und jeder hat so seine Nebenwirkungen der vergangenen Monate. Übrigens, wenn wir so einen Long-Covid-Tot zu sagen, dann lassen sie ihnen eine Blutuntersuchung machen, ob sie nicht ein Epstein-Paar haben. Das ist das nächste Problem. Haben beide Gruppen. Habe ich schon von beiden. Ich arbeite natürlich ganz viel in der Richtung, weil ich habe jetzt Radiosendungen gehabt, also wer das nachhören will, Radio Maria, das ist die Radiothek. Die Sendung war am 25. April. Unter Lebenshilfe finden Sie es. Da geht es ganz viel um solche Sachen. Auch, dass wir hinter die Kulissen schauen, wo wir in einer Stunde lang motivieren, selber was zu tun. Das ist eine Live-Sendung. Da rufen Leute an und horchen sich das und reden mit mit dann. Wir haben viel mit Blähungen zurzeit zu tun. Das ist auch so eine Wirkung, was wir leider erreichen. Es ist wichtig bei Blähungen schauen, in Zucker vermeiden. Wer da ein Problem hat, in Zucker zu vermeiden, der hat da ganz eine einfache Hilfestellung. Da sind ganz bittere Kräuter drin. Und wenn Sie ihn gusten, mal was siehst, dann gehen Sie her, dann in der Messerspitze auf die Zunge, lassen Sie es einziehen. In ein Geschmackszentrum wird wieder normal, wie es einmal war, bevor die Zuckermafia und sowas auch da hat. Und dann trinken Sie ein bisschen Wasser noch und die Geschichte hat sich. Und Sie werden merken, Sie schaffen es ganz sicher, wenn Sie intensiv da dranbleiben. In 14 Tagen brauchen Sie nicht mehr viel Zucker. Ich glaube, es geht sogar viel schneller. Weil einfach der Körper wieder merkt, es geht auch normal. Und das macht den Körperschleim dünnflüssiger und dadurch macht es man auch von Beschwerden her, Muskel- und Gelenkbeschwerden usw. Es ist natürlich gut, wenn man das tut und das dünner ist, aber auch Richtung Blähungen. Wenn ich nämlich jetzt was Bitteres habe, dann habe ich das Bittere im Speichel, dann habe ich es im Magen, dann habe ich es im Darm. Und genau das müssen wir in Ordnung bringen. Es geht weit einfacher, als wir glauben. Aber Bitterpulver ist eine ganz einfache Hilfe, kostet nicht viel und hat einen Sinn, wenn wir da ein wenig dranbleiben. Ich habe noch etwas, was Blähungen sehr gut unterstützt. Und zwar, das ist ein Mostessig aus dem Bottich. Und da habe ich Kräuter, ganz, ganz viele Kräuter drinnen mit einem natürlichen Antibiotikum. Teilweise habe ich mir das vor 2000 Meter runtergeholt. Und wenn ich da jetzt einen Esslöffel davon in ein bisschen Wasser tue und das jeden Tag trinke in der Früh, dann ist es auch ein Punkt, wo ich gegen diese Blähungen arbeiten kann. Und auch natürlich stoffwechselanregend arbeiten kann. Außer ich mache den Esslöffel sogar, ich tue mir den einfach über den Salat machen. Weil er schmeckt gut. Er schmeckt einfach gut. Der hat so viele Sachen da drin, ganz was interessant. Also das ist, kurzzeitig ist das auch zum Haben. Bei mir können Sie ihn auch mitbestellen, dass Sie einfach auch eine Motivation kriegen, wirklich da selber was zu tun. Gut, wenn es wirklich jetzt Probleme da sind mit Schmerzen, schauen Sie, dass Sie es von außen und von innen lösen. Von außen tut man es schmieren mit einem Schwedenbitterbalsam. Der Schwedenbitterbalsam ist eine Schmier, die sehr tiefgehend wirkt. Brauchen tun wir es bei allen Schmerzen rundherum? Bei Nebenhöhlen. Wenn wir mit den Nebenhöhlen noch Probleme haben, dass da noch zu ist. Türen Sie es mit dem Schwedenbitterbalsam. Sie werden sehen. Oder der Kabalttunnel. Oder, ach Gott, es tut ja eh rundherum weh. Und ganz, ganz dumm ist das, wenn man das mit dem Rotlauf hat und mit der Gürtelrose. Also da müssen Sie immer intensiver dranbleiben. Schwedenbitterbalsam mehrmals täglich auftragen. Unbedingt aber das Dolomit dazu nehmen. Weil das Dolomit tut mir die Übersäuerung aus. Also das braucht man schon dazu. Dolomit ist ganz eine einfache Geschichte und kostet nicht viel und es bringt was, wenn man selber dranbleibt. Das sind auch lauter Themen, die eben da drinnen im Buch sind. Wir werden uns das nächste Mal anschauen, wie ein Wickel funktioniert. Es sind noch ganz, ganz viele Themen drin. Sodbrennen ist auch so ein Punkt. Nächstes Mal werden wir auf die Schafgabe eingehen. Nächstes Mal werden wir dann die Kräuter anschauen, die jetzt dann in den nächsten Wochen rauskommen. Und ich denke, für heute habe ich Ihnen so viel gesagt, Sie müssen nur ausgehen und das tun. Essen Sie die Kräuter, machen Sie Ihnen selber Kräutersalz. Ich kann Ihnen gerne als erstes was schicken, weil Sie haben weder die Herbstkräuter, noch die Sommerkräuter, weil die sind ja alle vom letzten Jahr. Aber Sie können schon Frühlingskräuter sammeln. Sie können schon anfangen. Tun Sie was. Es ist das Schönste, wenn wir die Natur da draußen nützen. Und jetzt habe ich noch ein Ich habe nämlich in meinem Buch Natürlich leben ohne Chemie bei jedem Kapitel eine Bibelstelle dabei und einen Witz. Und jetzt muss ich schauen, ob ich da jetzt irgendein Passenden für Sie fände. Ja, zum Beispiel Der Bibelvers ist Nur in der Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Das ist in Jesaja 30, 15. Also das ist ja sicher entspannend. Überfordert sind wir momentan in alle Richtungen. Absolut in alle Richtungen. Und jetzt schaue ich, ob ich noch irgendeinen Witz finde. Ja, der passt ja zwar fürs nächste Mal besser, aber ist ja wurscht. Früher hieß es Furzen. Heute heißt es Laktoseintoleranz. Zu dem Thema kommen wir das nächste Mal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kräutersammeln. Nützen Sie die Zeit. Es wächst so viel. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel. Untertitelung des ZDF, 2020